Die Thermometeranimation ist stehen geblieben und zeigt damit an, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Displayanzeige leuchtet jetzt außerdem in sattem Gelb, was bedeutet, dass der Anwender eingreifen und etwas tun muss. Was getan werden muss, kann man rechts sehen. Die Animation stellt das Einschießen der Backbleche dar. Die Zeitanzeige steht auch nicht auf Null, sondern ist jetzt auf die im Backprogramm hinterlegte Backdauer umgesprungen. Ich beschicke jetzt den Backofen und auf dem Display erscheint ein Hinweis, dass mit dem Schließen der Ofentüre das Backprogramm automatisch gestartet wird. Sobald ich also die Ofentüre schließe, startet das Backprogramm, ohne dass ich auf Weiter drücken muss. Diese Funktion kann aber auch ausgeschaltet werden, sodass ein manueller Start nötig ist. Während des Backens sieht man links eine Abbildung der Backware und daneben die Restbackzeit in digitaler sowie analoger Form. Das kann ich je nach Bedarf ändern. Unter der Zeitanzeige sehen wir drei kleine Punkte. Sie zeigen uns an, dass wir hier zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln können. Mit einem Fingerwisch schalte ich auf die Temperaturanzeige um. Dort sehen wir die tatsächliche Temperatur in der Backkammer und daneben die Solltemperatur des Backprogramms. Falls wir mit einem Kerntemperaturfühler arbeiten, wird stattdessen die Kerntemperatur angezeigt. Mit einem weiteren Wisch kommt die große Anzeige der Restbackzeit zum Vorschein, was nützlich ist, wenn ich mich etwas weiter weg vom Ofen aufhalte oder damit die Kunden im Laden sofort sehen können, wann die Backware fertig wird.